Wer macht denn hier Musik zur Hölle noch mal? Das geht doch nicht. Jochen versucht es auch auf die dreistesten Arten und Weisen. Zweimal hintereinander. Hätte ja klappen können. Hä? Das Herz? Ist das schon immer hier? Ah, da läuft ein Herz! Wo ist hier? Ich hab das Herz gebrochen. Fuck. Eins von 12.000 Büchern. Boah, den Schuh, den hab ich gesehen, den fick ich jetzt! Nein, du, wie hast du mich denn gesehen? Ja. Ah, ich hab dich wirklich gesehen. Nein, 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 nein! Nein! Bleibst du hier? Nein! Scheiße! Oh, das ist ein geiles Versteck. Warum bist du denn tot? Nein! Ich bin gestorben, weil ich ein Herz war und dann habe ich mich in einen Blumenkübel verwandelt. Ich glaube nicht, dass es Luca 3 Minuten 50 aushält, nicht zu sterben. Naja. Nur so als Tipp übrigens. Ja. Hättest du nicht in eine andere Richtung flüchten können anstatt zu mir? Wenn du unter Wasser geblieben wärst, hätte ich dich nicht schießen können und hätte dich schießen müssen. Oh. Alter, der ist richtig gut, der Jochen. Oh, die explodieren ja wirklich. So, das nächste Level wird ein 3 gegen 3. Ja, lauf du Scheiß! Was? Lauf! 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 Lauf, schneller! Wo ist er hin? Ist ja wieder da oben, die Sau. Hätt ja klappen können. Wo ist denn er hin? Da hinten läuft er! Oha! Das ist echt ein! Der Mike ist ein Herz, tötet ihn, tötet ihn! Du Arschloch! Wo ist die Sau? Ich weiß nicht. Also, diesmal sind echt alle ziemlich geil versteckt. Wobei, besondere Ehre diese Runde definitiv an Jochen geht. Das kann ich euch jetzt schon versprechen. Wer lebt denn überhaupt noch? Ich. Der lebt jetzt noch? Oh boy! Mike und Jochen. Mike ist ein Meister, ohne Scheiß, ey. Wow, Respekt, Mike! Fuck! Respekt! Wie dein Rückenmark durch die Gegend fliegt. Was ist das denn? Jochen, ey! Verpiss dich doch! Also, wir haben noch 2 Minuten 25 Zeit. So lange kann es sein. Jochen, dann wenigstens F3. Nee. Das ist total wies, ey. Wenn er jetzt F3 drückt, dann finden die ihn garantiert. Ach, wo soll denn denn jemand finden? Ich geh da gleich auch hin, als Herz. Der hat bestimmt irgendwann in der Map gekrochen oder so. So ähnlich. Er ist in einen Glitch rein. Er ist im nächsten Level. Er ist im nächsten Level. Er war im Wasser unverkleidet. Oh nein! Nackenklatschen mit der Schrotrinte, ey. Oh nein! In die Dipping. Wer macht denn hier Musik? Zum Ende nochmal! Das geht doch nicht! Ich mein, der Vorteil für die Hunter ist natürlich, dass von den Props so wenig gibt und man so wenig Leben verliert beim Testen. Ja. Definitiv, ja. Kann man, wie war das? Kann man die Props dann eigentlich auch aufheben? Nein! Nein! Peace, come again! Einfach mal draufschießen. Nein! Klicke dich doch ins Knie, ey! Aber nicht schlecht. Du standest gut. Ich warte einfach nur besser auf. Du scheißlacker, ey! Reeeeee! All military forces have been eliminated. So. What you gonna do? What you gonna do? Oh. Wer steht denn da oben auf dem Dach eigentlich? Und schießt runter? Von wo schallt es? Die Schüsse oder das? Die Singel? Die Singerei. Keine Ahnung. Slapst du mich? Hast du in mir gesungen? Die ist offen. Please come again! Ah! Wo ist er hin? Boah, ich seh euch! Töte den Kristall! Töte den Kristall! Töte den Kristall! What the fuck? Hinter dir, Mann! Nein! Scheiße! Hör auf zu spielen! Töte den Kristall!